Wir würden euch bitten, den Alkoholkonsum zu unterbinden, denn der Alkoholisiertes kann nicht angemessen auf Gefahren reagieren. Wir würden euch auf das Weitere bitten, nicht von hinten auf die vorderen Reihen Flaschen und Steine zu schmeißen, denn es trifft eure eigenen Leute. Ich wiederhole, bitte schmeißt nicht von hinten mit den Flaschen auf die Leute, ihr trifft eure eigenen Leute. Und bitte saugt nicht so viel, bis ihr nicht mehr angemessen auf irgendwelche Aktionen reagieren könnt. Danke. Wir bitten hier jetzt nochmal die Polizei, sich dieses Rausgreifen der einzelnen Personen zu unterlassen. Wir fordern sie hiermit nochmals auf. Nächste Prüla, jetzt ist es unmöglich. Weitere Ja, wir bitten noch einen Ho specially. Wer ist es ungefähr, denn er hat sein Auto. Wir sind gekommen. Wir brauchen sie. Mach die Kamera aus! Wieso denn? Das ist eine strafrechtliche Handlung! Also! Ich bin Fresse-Patienter! Mach die Kamera einfach aus! Hallo! Ihr seid im Live-Stream! Wie weit haltet ihr euch eigentlich? Ach echt? Habt ihr irgendwann mal eingeschwollen auf diese Bürger? Du! Du hast mir da eingeschwollen! Was? Auf wen hab ich mir da eingeschwollen? Nur eigentlich, das Land ist so leid, wie du bereit hast! Nur eigentlich, das Land ist so leid, wie du bereit hast! Ja! Du hast mir ja auch nicht so leid! Du hast einfach nur gut bezahlt! Du bist gut nicht falsch! Doch, die Aussage! Was? Nö